Willkommen im wunderschönen Langnau im Albis. Heute darf ich euch ein grossartiges 6,5 Zimmer Terrassehaus zeigen mit einer einmaligen Aussicht. Schauen wir mit. Schauen wir mit. Wie ihr seht, ist das Haus mega clever unterteilt. Hier haben wir Kochen, Essen. Hier haben wir die ganzen Schlafräume und das hier. Wow, was für ein Panorama. Und das geniesst man hier vom Wohnzimmer aus. Jetzt gehen wir auf die Terrasse. Wie wir bereits gesehen haben, ist das Haus einfach nur unglaublich grossartig. Wir haben hier einen Lift direkt bis zur Terrasse. Wir haben zwei Schmine. Wir haben eine grossartige Terrasse. Wir haben einen riesigen Garten. Wir haben zwei Wohnetagen. Vier Schlafzimmer. Insgesamt 6,5 Zimmer. Was will man noch mehr? Wenn auch Sie das Restlos überzogen haben, rufen Sie mich an. Jean Käfer, Ihre Immobilienspezialist. Und bis ich Sie da in Empfang nehme, genieße ich jetzt noch die Aussicht. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.